So, wir hatten letztens hier am Lager aufgehört. Hier ist das Lagerfeuer. Dann werden wir mal loslegen, würde ich sagen. Wir machen jetzt einfach mal weiter. Ich bin gespannt, was hier noch kommt. Ich gucke nämlich gerade noch wegen ein paar Pfeilen. Kann man ja immer mal hier brauchen. Ich bin, wie gesagt, immer noch am Testen von meinem Sound. Ich hoffe, das klappt jetzt. Weil mal ist es. Nach dem Neustart vom Lappi muss ich denn den Ingame Sound auf 7 haben. Mal muss ich einen auf 8 haben. Das ist ein Frauenabbildung auf dem Tor. Dem Alter der Symbole nach könnte es die Sonnengöttin sein. Himiko. Sie channeln aber nicht zufällig gerade Sam, Dr. Whitman. Nun, Himiko hatte zweifellos große Macht. Manche sagen schamanistische, elementare. Kaum ist eine Frau mal wirklich mächtig, reden alle sofort von Hexerei. Wir sollten nichts ausschließen, selbst wenn es uns irrational vorkommt. Wir müssen noch viel über die Welt lernen. Sie klingen wie mein Vater. Das könnte eine Wahnsinnsstory sein, Lara. Aber nur, wenn wir sie überleben. So. Ich wollte nicht das Video unterbrechen, deswegen habe ich erstmal nichts gesagt. Also, ich hoffe, dass ich jetzt besser zu verstehen bin als im Vorgängervideo. Und wie gesagt, ich bin immer noch am Einstellen, weil das ist irgendwie kurios. Oh, unglaublich. Es ist Himiko. Sehen Sie. Die Schale, die Kerzen. Sie wird noch immer verehrt. Diese Insel war anscheinend wirklich ein Teil Yamateis. Du hattest recht, Lara. Das alte Königreich. Das ist ja wie Atlantis. Aber das hier ist real, Dr. Whitman. Wir stehen nicht auf einem Mythos. Nein. Nein, wir stehen auf einer Goldmine. Was? Kommt! Schnell! Eure Freunde sind verletzt! Ja, wahrscheinlich durch sie. Wir können ihnen nicht trauen. Zurück! Sie haben die Waffe. Wir knallen ab. Ich will keinen Ärger machen. Wir kommen mit. Nein! Aber ich verlange, dass ihr uns zu demjenigen bringt, der euch anführt. Was tun sie jetzt? So ein feiges Schwein, ey. Nein! Nein! Bitte! Haue ab! Du musst mit ihnen gehen, Lara. Tu, was sie sagen. Was? So ein Verräter-Schwein. Toll. Russisch. Passt! Da können sie gleich mal eine Übersetzung reinpacken können da unten, ey. Was? Sie sind hier überhaupt? Was wollt ihr? Was? 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 Sollen sie nicht zusammen? Sehr schön. Alles klar! Das Problem ist. Das Ding! Das Ding! Ich hab sie! Scheiße. Ich hab ja gefesselte Hände. Ich kann ja kein überfallen. Ich wollte gerade bei hinten kalt machen. Oh scheiße bin ich doof. Oh Gott. Der liegt hier tot. Ganz ruhig bleiben. Ich bin schon dabei. Jetzt wäre ich in dieser Tragasse wie Tiefel. Alles schwer. Wie sieht's aus? Sie ist weg. Dann such weiter. Oh Gott. Diese Gruppe hat es echt in sich. Die meisten werden wir töten müssen. Schade. 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 Haltet Ausschau noch hier. Ja wo ist er denn hin? Ja. Okay. Was machst du? Was machst du? Oh Gott. Oh Gott. Ich schade. Wenn du dich verstehst? Ja wo ich noch? Ich hab dich in die Kirche. Ich hab dich in die Kirche. Ich hab dich in die Kirche. Oh, da habe ich jetzt gar nicht gepeilt, weil sie so geflasht von dem Video. Jetzt habe ich verjessen, aber zu drücken, ey. Ohohoho, ist ja geil. Ohohoho, ich will nicht mit ihm hin und her rödeln, der Tarn. Kann er doch nicht unterbrechen, ich habe gerade versucht, das Video zu unterbrechen, aber das geht nicht. Auch da kriegst du die Person natürlich ab. Nee, ich will doch nicht so. Mal, ich will den, bevor der mich zu Boden schmeißt, will ich den erschießen. Ich will nicht wie so ein Opfer darliegen. Ohohoho, ich will nicht. Immer noch nicht. Wieso kann ich den nicht durchschießen? Versuch ich es nochmal, ich bin doch nicht geblabt, ich muss da gehen, ja. Kann ich überspringen? Nee, kann ich nicht überspringen. Na, eh, mal versuch ich es nochmal. Ich muss das Musik so machen. Ja, wir müssen das wirklich sehr schützt. Auf, auf. Na, na. Da, und. Na, na. Na, na. Nein! 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 Wenn wir gehen jetzt auf Schieße kommen die natürlich alle an den Rand. Dann werde ich mal lieber nicht erschießen. Da ist noch eine! Sie ist dahinter! Ist sie groß? Keine Ahnung. Nein! Wir wissen, dass du da bist! Du hast keinen Ausweg! Nein! 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 Verdammt! Ist es gut! Nein! 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 Ich warte ja, wir wissen jetzt später. hab ich jetzt verhessen jetzt der viereck zu drücken ich soll mit mir heute los sein oh monik so so oh Mal sehen, was er dabei hat. Ich habe das Handy. Immer dasselbe. Was war's denn? Wieder ein Kanker? Nein. Was? Hier rüber! Ich liege unter Beschuss! Was ist da auch nicht los? Alles in Ordnung? Schau dir sie! Schau dir sie! Lara, bist du da? Ja! Bei den alten Ruinen steigt Rauch auf. Bist du okay? Oh Gott! Roth, ich habe hier echt ein Problem. Sie bringen Leute um. Was? Wer? Männer! Ich weiß nicht warum. Ich musste einige töten. Ich hatte keine Wahl. Das war sicher nicht leicht. Es war sogar erschreckend leicht. Du musst die anderen warnen, Roth. Mach dir jetzt keine Sorgen um sie. Tu, was nötig ist, um zu mir zu kommen, Lara. Ich versuch's. Oh Gott! Ja.